Hallo und herzlich willkommen zu Kritzel Krakel Kreativ. Heute werden wir wieder einmal eine Mini-Leinwand bemalen. Das Thema ist Sonnenuntergang. Wir hatten gerade vor kurzer Zeit einen wundervollen Sonnenuntergang und ich dachte mir, warum malen wir diesen nicht einmal auf eine kleine Leinwand? Ja, dann stelle ich hier schon einmal die Farben zusammen. Natürlich brauchen wir Orange, Rot, Gelb und zum Schluss dann für die eigentliche Landschaft noch schwarze Farbe. Jetzt habe ich es beinahe vergessen zu erwähnen. Ich benutze beim Bild Acrylfarben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche und einen schönen Tag. Tschüss.